Hallo und herzlich willkommen zurück zu Minecraft Hackett wieder mit mir ja wir waren letztens mal in diesem schönen Loch stehen geblieben und ich würde sagen wir bauen uns jetzt mal hier wieder rauf aber ich muss noch was ändern so das kann so bleiben ja soweit so gut und ich höre gerade wir haben keinen doppelten Sound ich glaube nicht unser Haus noch lange weit entfernt auf jeden Fall aber okay okay das ist nur noch da in Kampen wach um wach 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 ist das titan ich weiß es gar nicht ich glaube ja noch mehr titan weil es so schön ist und was haben wir dort vorne ja das ganze kupfer ich bin auch bald nach hause ich habe bei keinem wir haben bald so viel in unserem inventar können wir echt lange mit arbeiten also ein bisschen länger auf jeden fall wo sind wir denn hier schon wieder gelandet was steht hier ab hier noch mehr kupfer wie viel kupfer haben wir denn wir haben jetzt bei den 60er steck und da ist ein kleines skelett komm nicht mehr ich habe keine ich muss eh was aufladen aber wir haben uns mal eben das hier noch schnell ja unsere schön ausgeleuchtete schlucht sehr schön wirklich eine sehr schöne schlucht und ich werde wie immer jetzt musik hinzufügen ich hoffe euch gefällt das mit der musik ein bisschen abwechslungsreich ist es auch so dann ist es nicht so langweilig so genau so na genau hier ist der Höhenalmer und mit den Fackeln übertreibe ich es auch ein bisschen da kann ich auch ein bisschen sparsam damit umgehen doch ein bisschen dunkel so so unser Ofen aber ich muss da hin ja ich würde sagen laden wir aus ähm und auch bei noch voll ja können wir noch alles sammeln ähm Knochen können weg und Pfeile älter Schwede fehler haben wir auch wieder Fäden meine ich äh eigentlich ist das ja nur Schwott aber die Schoffel können wir noch mitnehmen aber wir haben hier eine stimmt mhm nehmen wir noch mit auf jeden Fall muss ich paar Stickies und wir nehmen ein paar Fackeln noch genau oh no das wollte ich nicht haben danke äh ja ich bin ein bisschen verschwenderisch umgegangen ist aber egal ich brauche halt auch Hilfe Kohle kriegen wir eh genug meine einzige Saison ist dass die irgendwie runterfallen ich bin ein bisschen aber ich hoffe es nicht wo ist denn hier ja ach genau hier ist die Treppe können wir auch mal markieren so und dort vorne geht es auf jeden Fall weiter deswegen würde ich sagen geht da die Schlucht weiter oder laufen wir irgendwo und Ähm... Ich glaube, ich nehme ihn mit ihm auf meine Augen. Ah, okay. Mehr gibt's nicht. Jo, gut, dann mache ich ihn, glaube ich, zu. Ah, ja. Aber erst mal Kupfer holen und dann mache ich zu. Wir haben ohne Ende Kupfer jetzt. Eisen haben wir jetzt auch. Cola haben wir eh ein ganzes Speck vor. Das weiß ich. Zuhause noch. Wo rumliegen. Aber holen wir uns. Oh, Mann! Und ich wollte euch mal fragen, was ich mit dem wegen den Texto-Pack-Feder machen will. Aber ich habe schon zweimal wieder reingepatcht. Also mit den Optifaden. Ich muss gucken, ob ich meinen MC-Patcher nehme. Vielleicht kommt ihn jetzt dann. Oder schreibt man in die Kommentare, was ich machen soll. Weil ich habe das... Ich habe ja Minecraft 1.2.5 und das hier jetzt auch. Ähm... Texto-Pack, Spark, Furby, Craft... 1.2.5. Deswegen wundert mich denn immer, dass diese blöden Schoen die mir richtig angezeigt werden. Weil... Alle anderen Monster wären irgendwie richtig angezeigt. Ja. Und da finde ich die Ombudschung schaue. Ah, mach mir Kupfer. Ah, was müssen wir auch mal bauen? Ich glaube, wir machen uns beide auf dem Weg. Oh Mann, wie viel Kupfer war. Das ist unglaublich. Ich glaube, wir verschwinden den Aufweich. Und nun sind wir denn hier gelandet. Auf jeden Fall, das ist hier verdammt gefährlich. Ne, 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 ne. Auch noch. Volume 0. Nicht reinfallen. So. Na, geht weg. Na, geht weg. Gut. Das hätten wir erfolgreich ausgemacht. Ei, ei, ei. Nein. Scheiße. Fickt euch. Fickt euch. Oh, 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 oh. Ja, ich darf jetzt nicht sterben. Fickt euch. Fickt euch. Fickt euch. Fickt euch. Ich brauche jetzt ganz schnell. Ich brauche jetzt ganz schnell Fleisch. Ganz schnell Fleisch. Ganz schnell Fleisch. Aber erst mal muss ich mich jetzt schnell regenerieren. Boah, da bin ich beinah drauf gegangen. Scheiße. Dreck, ey. So, mein Leben regeneriert sehr, sehr lange. Oh, ich hab keinen Leut abgeschüttet bei mir. Oh, ich geh hier hoch. Mal kurz auf die Zeit gucken, wie diese Zeit aussieht. Oh, ich muss Schluss machen. Ich werde mich in dieser Folge verabschieden. Dann hätten wir vorher das nochmal anfangen. Ja. Ich beende hier jetzt den Part. Bitte und schau.